Aber auch, wieder um Längen, äh, geringer. Zumindest von den Sachen, die die da gedroppt haben, bislang in der Beta. Ja, die haben aber nicht so viel Müll gedroppt. Ja, okay, das stimmt wohl. Was war denn? No, mir tüsst. Oh Gott, das Schlimmste von allem, finde ich. Da ist es. Bluthexe, die Wilde. Ach, die Wilde war mal... Was ist hier denn denn? Tod. Ach so. Haha, ich bin grad schon gewundert, wo es ist. Zack, da ist der Würfel. Ich kann nicht noch mehr tragen. Äh, ja, aber irgendwo muss der Würfelchen hinpassen. Oh, endlich kann man die Dinger zusammenmixen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wie ist die Schatz? Alter, genau. Der Wolfkopf, der 5 zu Fertigkeiten des Tunes gibt mir 922 Gold. Oha? Am Arsch. Was kostet der, wenn der Koffen sitzt? Kann der Würfel einen Hora-Drift-Stab zusammenfügen. Um es zu bewerkstelligen, benutzt den Würfel wie eine Schriftrolle. Scheiße, ich bin einfach keine Ahnung. Wenn sich der Würfel auftut, müsst ihr beide Teile des Stabes darin platzieren und die Verwandlungskraft des Würfels nutzen. Das heißt, jetzt steht fröhliches Mixen an, oder was? Legt 5 Edelsteine desselben Typs und derselben Qualität hinein und ihr könnt sie in einen Edelstein der nächst höheren Qualität verwandeln. 6 Edelsteine zusammen mit einem Schwert werden zu einem langen, gesockelten Schwert. Außerdem könnt ihr zwei Köcher voller Armbrustbolzen in einen Köcher voller Pfeile verwandeln, während aus zwei Köchern voller Pfeile ein Köcher voller Bolzen wird. Ich muss es euch überlassen, weitere Formeln selbst herauszufinden. Ach, der hat nur erzählt, dass 5 Edelsteine gleicher Qualität, 1 Edelstein der nächst höheren geben, aber das sind ja 3. Das haben sie einmal geändert. Er erzählt ganz schön Kackjes. Ja, richtig. Ja, der Rest kann weg. Guten Tag! Der Quatsch kommt auch mal weg. Ja? Hammer. Ich bin mal wieder bei meinem Lieblingskollegen. 21. Oh Gott. Ich bin mal wieder bei meinem Lieblingskollegen. Ich bin mal wieder bei meinem Lieblingskollegen. Ich bin mal wieder bei meinem Lieblingskollegen. gotta sicher. Ach, da ist der noch nicht Hallo Hallo Ach, der hat ja nicht mal irgendwas brauchbares Wo guckst du eigentlich immer? Bei Glücksspiel Ja, du kannst ja mal wieder neu gucken Ja, dann hat der doch die gleichen Sachen Ja, nur wenn ich in der Nähe bin Pass mal auf, jetzt kannst du noch mal gucken Ah, jetzt hat der andere Cool Das wusstest du gar nicht Ne, ich hatte gedacht, man muss dann immer aus dem Aus der Stadt einmal rauslaufen und wieder rein Ne Tja Deswegen stehe ich ja immer da alleine Oh, das hat sich ja voll gelohnt gerade So schnell macht man aus, weiß ich nicht 50.000, 7.000 Na, hat sich da jemand einen Ring geholt oder ein Scheißambulett? Ne, ich hab mir die dicke Rüstung geholt Oh, was denn für eine Weiß ich nicht, ob ich schon wieder verkauft Kettenpanzer oder was? Hammer So, dann würde ich sagen, wir machen noch ein Paisken Okay Bis später So, Pause wieder beendet Käpt'n A ist auch wieder von der Partie J-Party Warte Pippe Oh ja Goal starten Oh Warum verschlucke ich mich denn? Guten Tag Guten Tag Wahrscheinlich wird schon vorher eine andere Aufnahme gelaufen sein Aber vielleicht fällt euch auf, dass ich mich jetzt ganz anders anhöre Ich habe jetzt auch das gleiche Headset wie Peter und Hadi Und Äh, Headset, sag ich Mikrofon Und, ähm, naja Hört sich halt besser an, als dieses knackende Etwas von vorher Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen Leckt ein bisschen gerade Hm, komisch Ich lege Äh, ja, jetzt nicht mehr Achso Aber egal So, was haben wir denn zuletzt gemacht? Wir haben, äh, den Würfel geholt Gott, äh, das heißt Und es ist gerade dunkel geworden, wa? Müssen weiter Stöckchen suchen Seid gegrüßt Na ne Haben wir die Quizte für schon? Ne Komisch Kommt wahrscheinlich erst später Ähm Ab in die verdorrten Hügel, ne? Äh, ja Alles klar Äh Egal Das finde ich ja mal fair, dass ihr dann wenigstens jetzt doppelt droppen für uns Ja, Schilde braucht keiner von uns leider, ne? Ist ja eigentlich schade drum Joa 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 Wenn wir sie nicht brauchen, ist es heute auch nicht so schade Verdam, ich sehe gerade, ich mich einmal verskillt Kann ich bei Akara wieder abändern irgendwann, ne? Ja Ja Ich glaube dreimal, also bei jedem New Game Dann werde ich das wohl irgendwann mal machen müssen Ähm Ähm Das denn konzentrieren Der Angriff kann nicht unterbrochen werden und verbessert sowohl Ich bin gerade Level gestiegen, deswegen Ja, ich auch Achso Sehr gut Uh, Eisfeier Boni zu Kältefeier Angriff von Scheiben macht hier viel mehr Konzentrieren ist besser als Heap Das ist der Sprungangriff, ne? Das kostet mir zu viel maler maßen Aber das Oh Concentration So Alles klar Wo bist du? Da bist du Komm, ich will dir Gegner sehen Durchschlagen verbessert mein Angriffswert um 35% Boah, das muss ich ja eigentlich Oh, da muss ich sogar 10 Punkte reinhauen Alles klar Boah, jetzt kriegen sie aber echt eure Fresse Pam, pam Guck mal, ob das was bringt Was denn? Das Amulett hatte 4% abgesaugtes Mana Mal gucken, ob ich da vielleicht ein bisschen mit rumschießen kann Was? Mein Gott Findest du ja wieder nix Wetten, dass das erste Unique-Item irgendein Schild sein wird oder so? Irgendein Quatsch, die wir nicht brauchen, meins Ja Ja, wie immer, war Ja, genau Oh, ich bin vergiftet, Aua Bist du mir nicht da hoch? Ja, keine Ahnung, theoretisch Vielleicht kommt man ja auch Hier unten war ich da oder was? Ja, da oben ist auf jeden Fall schon mal die Halle der Toten Aber da waren wir ja schon drin Die sind ein Stockwerk über uns Aber vielleicht Wie gesagt Wir sind die ein Stockwerk über uns Nein, nein, nein Da die Treppe hoch Das sind die Halle der Toten Das habe ich gerade so aufkloppen sehen Ach so Ne, das habe ich nicht gesehen Oh, da ein Knüppel Äh, einfach gesorgt Ich geh mal da hoch Ja, komm, dann komme ich mit Wird wahrscheinlich eh der richtige Weg sein Captain Ard Könnte sich immer wieder schneller brauchen Hallo Du stehst auf deinen Captain Ard, ne? Okay Na, Falle Oh, für jeden einen Ja, da wollte er sich den zweiten direkt weg snacken Ja, ja, ja Erwischt Boah, ich hasse diese Viecher Alter Was hast du jetzt eigentlich in deinem Amulett bekommen? Das habe ich nicht mitgekriegt Das war nur 4% abgesaugtes Mana Da hatte ich ein bisschen Mana zurück Aber wie ist das noch 4%? Aber wie ist das noch 4%? Ich meine, ich habe bislang eh auch mit 14% Ahnung Bessere Chancen Gegenstand zu finden Das ist jetzt auch nicht so awesome Das schmerzt ich Wieso finde man denn immer so viel Eltruden Das ist doch kackiges Ja, ich habe mich jetzt hören Mal ein bisschen kundig gemacht Ich glaube, ich möchte das Irgendwann auf jeden Fall Dass das Weil ihm auch schon gefallen ist In nächster Zeit Mal ein Ruhmwort nachbasteln Das heißt Ehre Das ist für die Waffe Okay, hier oben war falsch Na, wieso da hinten? Da ist er noch ein Weg Theoretisch Ah ja, auf links Da ist er wahrscheinlich Und das ist auf jeden Fall die Halle der Toten Da läuft es ziemlich gerade drauf zu Fresse So Oh Und doch Nehme ich mit Jetzt ist es glaube ich Mittlerweile so weit Dass es der falsche Weg war Na, hier geht es auch noch weiter Warte Boah, ich will hier am liebsten Schon durchwirbeln Einfach so Bam, bam, bam Geht wirklich unten weiter Ja Hast du irgendetwas anderes Aber lass dich jetzt mal ganz im Ernst Oh Verdammt, ich kann da nicht runterspringen Irgendwie bist man dann zu langsam Ist ja nicht Super Mario Was hier oben schon? Nein, 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 nein Hier sieht es aber auch ziemlich falsch aus Alter, wo ist das denn? Vor allem haben wir auch den alten Eingang noch gar nicht gesehen von dem vorherigen Level Das kann doch nicht wahr sein Die müssen ja eigentlich hier sein, habe ich gedacht Ja, die müssen hier überall sein Hier müssen beide Eingänge sein Irgendwie noch in dem halben Level, was wir noch nicht aufgedeckt haben Keine Ahnung Ja, hier kommst du wahrscheinlich zurück Und dann ist bestimmt die Jawohl, das war ja so klar Alter Geh mal weiter Am Arsch, felsige Öde wollen wir nicht lang Ja, deswegen, geh mal weiter Ja, ich kann Wie willst du mich verarschen? Geh mal weiter Was will ich denn in der felsigen Öde? Wie? Bist du doof? Ach, kam die danach? Felsige Öde ist der erste Von Ludgolena aus Ja, deswegen sag ich ja, warum gehst du denn zurück in die felsige Öde? Du hättest weitergehen müssen Ich bin in den verdorbenen Hügeln Ach, Jay Irgendwann ist gerade sehr verwirrt hier Du bist einfach stehen geblieben Ich kam nicht weiter zurück zu diesen verdorbenen Hügeln, weil du vor mir warst Ne, du standst vor mir Lol Aber geiler Bug Ne, bei mir standst du da vor Ich konnte nicht Lol, hier ist das andere Gebiet Hier ist die ferne Oase Direkt daneben Nice Na ja, klar Ey Boah, jetzt kommen die Würmer, ne? Ach ja, jetzt kommt der tolle Würmergang Ja, da kannst du ja hervorgehen Boah, da kann ich hervorgehen Dann regst du dich wahrscheinlich wieder schön auf, dass ich dir alles wegsnacke Äh, so lange die Blitze aufwächst, nächstes Minute Oh nein Wow, wow, wow Alter Das war ein Boss Hm Das war ganz schön schmerzend Ich bin überladen Ne, im Bogen Das ist noch ein Bogen Aber ein gesockelter nur Ich glaube, das willst du eh nicht, ne? Ne, das brauche ich noch nicht Das ist ein Boss Da ist ein Boss Puls Tenter Oh, Captain Arbert wird abgekriegt Oh Da sagst du was Nicht nur deiner Das war ganz schön schmerzend Das war ganz schön schmerzend Das war ganz schön schmerzend Das war ganz schön schmerzend